Poliboy! Bin schon da! Poliboy zeigt, wie es geht. Die Anwendung der Glaskeramikpflege. Die Poliboy Glaskeramikpflege entfernt Fett und Verkrustungen auf allen Glaskeramik- und Induktionskochfeldern. Bei regelmäßiger Anwendung entsteht zudem eine Schutzschicht, die das Einbrennen von Kochrückständen verhindert und die Reinigung erleichtert. Zur Reinigung werden ein Schwamm und ein Tuch zum Nachpolieren benötigt. Den Schwamm anfeuchten, die Flasche schütteln, etwas Poliboy auf den feuchten Schwamm geben und auf dem kalten Kochfeld verreiben. Anschließend feucht nachwischen und mit einem trockenen Tuch nachpolieren. Durch die enthaltenen Wachse entsteht auf der Glasoberfläche ein strahlender Glanz. Starke Verschmutzungen können mit dem Poliboy Glaskeramik Schaber entfernt werden. Poliboy. Pflegt wie neu.